Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Kapitänskillungsvideo. Heute haben wir hier den Karl von Müller am Start. Dieser hat die Basisfähigkeit tüchtig, erhöht die Höchstgeschwindigkeit des Kreuzers. Es ist auf jeden Fall ein deutscher Kreuzerkapitän, was man natürlich schon am Basisskill erkennt. Und wir schauen mal, was wir da so schönes skillen. In der ersten Reihe haben wir einmal Loderne Flammen, erhöht die Chance Gegner mit Sprenggranaten in Brand zu setzen, was auf jeden Fall nice ist. Und als zweites, außerhalb der Reichweite erhöht die Reichweite der Hauptbatterie ihres Kreuzers, was natürlich auch nice ist. Also wirklich in der ersten Reihe sind beide Skills sehr, sehr gut. Dort würde ich das halt nach persönlichen Ermessen verteilen. Wenn ihr merkt, ihr würdet doch ein bisschen mehr Range haben, dann geht ihr halt auf außerhalb der Reichweite. Und wenn ihr doch diese maximale Range eigentlich quasi nie nutzt, dann würde ich halt hier Loderne Flammen nutzen. Ich persönlich gehe hier auf außerhalb der Reichweite, aber Loderne Flammen ist auf jeden Fall auch mega gut. Dort liegt es so ein bisschen nach den persönlichen Präferenzen. In der zweiten Reihe haben wir, bevor es zu spät ist, erhöht die Sichtbarkeit von Torpedos. Das ist natürlich ganz nett, sage ich mal, aber schauen wir mal, was wir halt noch so in der Reihe haben. Dann haben wir hier Pyromane erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit den Sprenggranaten der Haupt- oder Secondary-Batterie ihres Kreuzers Brände zu verursachen. Das ist natürlich auch wieder ein nicer Skill. Kann man natürlich auch mit Loderne Flammen gut verbinden. Dann hat man wirklich die maximale Feuerschance da an der Stelle. Aber ja, ich nehme hier auf jeden Fall Pyromane in der zweiten Reihe, in der ersten halt außerhalb der Reichweite. Aber ihr könnt halt auch, wie schon gesagt, Loderne Flammen nehmen. Sonst hätten wir noch zur Auswahl Exposé erhöht die Reichweite der Torpedo. Erkennbarkeit des Verbrauchsmaterials so nah. Ist natürlich auch nicht schlecht, sage ich mal, aber ich würde hier auf jeden Fall in der zweiten Reihe den Pyromane nehmen. In der dritten Reihe haben wir hier einmal Rausch der Geschwindigkeit erhöht die maximale Geschwindigkeit des Schiffes, was natürlich nett ist, nimmt man gerne mit. Aber wir schauen uns nochmal die anderen Skills an. Dann hätten wir hier Durchstoßen erhöht die Durchschlagskraft und den maximalen Schaden der AP-Granaten ihres Kreuzers, was auch ziemlich nice ist. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch an der Stelle hier nehmen. Wir hätten noch als drittes sonst gepanzert. Verringert den erlittenen Schaden ist natürlich auch nicht verkehrt. Also alle Skills sind auf jeden Fall durchaus gut nebenbei. Aber ich habe mich jetzt hier für den aggressiven Skill entschieden, um nochmal den AP-Schaden zu buffen, um da einfach noch ein bisschen mehr gegenzuwirken. Dann kommen wir schon zu der vierten Reihe. Dort haben wir einmal steuerbar verbessert die Schiffssteuerung und verringert die Reparaturzeit des Steuergetriebes, was auch ein guter Skill ist. Den kann man gerade, wenn man mit den Deutschen schon ein bisschen am Kiten ist oder so und die Entfernung nutzt in Verbindung mit außerhalb der Reichweite und natürlich dann schön lenken kann. Es ist natürlich nice, um die gegnerischen Schüsse auszuweichen. Kann man auf jeden Fall nehmen. Ist ein guter Skill. Und als zweites hätten wir nochmal fixiert, erhöht die Präzession und Treffgenauigkeit der Granaten, der Hauptbatterie ihres Kreuzers, was halt auch ein nicer Skill ist. Also ihr seht schon, beim Karl von Müller habt ihr wirklich sehr viele Alternativen. Ich sag mal, außer Pyrumane, was ich wahrscheinlich immer nehmen würde, kann man wirklich in jeder Reihe bis jetzt variieren. Das ist natürlich richtig strong. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall fixiert genommen, um nochmal die Genauigkeit zu verbessern und die Streuung zu reduzieren. Allerdings ist Steuerbarheit auch ziemlich stark und nach den persönlichen Präferenzen würde ich halt auch teilweise mal steuerbar spielen. Dann müsst ihr auf jeden Fall mal für euch selber ausprobieren, aber beide Skills sind auf jeden Fall super. Ankommen wir noch zu den legendären Skills. Dort haben wir einmal zur Auswahl vollständig verpackt, fügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Dieser Skill ist allgemein halt auch ziemlich stark. Allerdings, ich sag mal, bei den Deutschen, die haben jetzt halt Sonar zum Beispiel und ein Katapultjäger müsste es sein. Dort weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt eine weitere Aufladung benötigen würde. Wenn ihr halt selber damit Erfahrungen macht, und zum Beispiel gerade beim Sonar, das ist natürlich wichtig, wenn ihr quasi Sonar öfter verbraucht habt und ihr merkt, okay, hätte ich jetzt noch einen Sonar ready, hätte ich dadurch vielleicht jetzt Zerstörer noch rausnehmen können oder Torpedos dodgen können, dann kann man auf jeden Fall hier auch vollständig verpackt nehmen. So ein bisschen als Safety first, sag ich mal. Aber ich persönlich würde hier die Nachfüllstation nehmen, verringert die Ladezeit der Hauptbatterien ihres Kreuzers, um einfach nochmal schneller schießen zu können, um halt nochmal mehr Brände zu verursachen, um die Gegner halt noch maximal zu ärgern, sag ich mal. Von daher für mich jetzt hier die Nachfüllstation, aber vollständig verpackt ist auch nicht schlecht und könnt ihr auch je nach Vorlieben nehmen. Dann kommen wir noch zu den Inspirationen. Dort nutze ich auf jeden Fall den Norman Scott, welcher die Präzision der Hauptbatterie ihres Kreuzers erhöht, was auf jeden Fall nie verkehrt ist. Genauigkeit, ja, wollt ihr eigentlich immer haben und um das nochmal zu verbessern, ist der Norman Scott halt perfekt. Und als zweite Inspiration gibt es ein paar Sachen, die wir natürlich auch wählen können. Da schauen wir mal kurz rein. Und zwar als zweite Inspiration kann man auf jeden Fall hier den Gunichi Mikawa nehmen, welcher eure Erkennbarkeit drunter setzt, was es halt für euch ein bisschen leichter macht, ein bisschen aus der Tarnung raus zu spielen. und nicht so früh aufgeht. Das sind natürlich nur ein paar Prozent, wobei meiner jetzt auch nur Level 6 ist. Wenn ihr den natürlich höher habt, sind es natürlich noch ein paar mehr Prozent. Von daher ist das auf jeden Fall auch eine nice Inspiration, gerade für die deutschen Kreuzer. Würde ich da auf jeden Fall auch die Tarnung reduzieren. Falls ihr diese zwei Kapitäne als Inspiration vielleicht nicht habt, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Alternativen, die ihr nehmen könnt. Und auch zum Beispiel der Charles Madden hat eine richtig nice Fähigkeit. Und zwar erhöht er einmal die Drehgeschwindigkeit, was halt richtig geil ist für die Haupttürme. Und zusätzlich nochmal die Ladezeit der Hauptbatterie geht runter. Diesen könnt ihr auf jeden Fall auch als Inspiration nehmen, falls ihr den Charles Madden vielleicht habt und einen von den anderen vielleicht nicht. Er ist nie verkehrt, gerade auf Schlachtschiffen als Inspiration oder auf Kreuzer. Den kann man eigentlich überall nutzen. Das ist halt wirklich so eine wirklich starke Inspiration beim Charles Madden. Weil, ja, kürzerer Reload, außer jetzt vielleicht bei japanischen Zerstörern oder so, ist halt nie verkehrt. So, und das war's dann auf jeden Fall auch wieder mit der Skillung vom Karl von Müller. Auf jeden Fall ein ganz guter Kapitän, gerade was seine Skills hier rechts angeht. Ich sag mal von der Hauptfähigkeit, Höchstgeschwindigkeit von Kreuzer, das ist halt so semi-gut. Ich würde ihn jetzt quasi nicht als Inspiration für irgendwelche andere Länder nehmen durch seine Basisfähigkeit, aber er hat auf jeden Fall einen netten Skilltree sozusagen, wo man wirklich schon ein paar gute Sachen und auch persönlich ein bisschen schauen kann, dass man da wirklich verschiedene Sachen nimmt. Weil wir haben hier wirklich einige Auswahlmöglichkeiten. Fast in jeder Reihe, außer in der zweiten Reihe, würde ich, denke ich mal, auf jeden Fall immer Pyromaner nehmen. Ich denke mal, Sichtbarkeit der Torpedos erhöhen und die Reichweite der Torpedo-Erkennbarkeit, wenn Sonar aktiv ist, das braucht man jetzt nicht unbedingt auf Kreuzern, da man mit Kreuzern halt auch doch gut wendig ist. Und, ja, von daher halte ich das. Das sind keine schlechten Skills, kann man durchaus beide auch nehmen. Aber ich würde da auf jeden Fall immer Pyromaner nehmen. Aber wirklich in allen anderen Reihen kann man da wirklich ein bisschen ausprobieren, weil da wirklich ein paar nette Skills insgesamt dabei sind. Und, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen hier für die Skillung mit den Inspirationen zusätzlich. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ich würde mich freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall auch mal auf Twitch vorbei, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein! Ciao, ciao!